Wenn man die erste Halbzeit weglässt, war das Zweitliga-Fußball vom allerfeinsten. Erste Sahne, perfekt gespielt, perfekt als Team funktioniert. Mehr brauche ich, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Die erste Halbzeit war Mist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, sowohl von Karlsruhe als auch von Paderborn. Und da hat man auch gedacht, mehr als ein 0-0 wird es nicht werden. Was dann allerdings Paderborn in der zweiten Halbzeit abgezogen hat, das ist einfach nur krank, sogar für deren Verhältnisse. Und sie wollen sich sicherlich noch nicht als Favorit für den Aufstieg sehen. Aber wenn man so spielt, dann muss man sich diesen Namen gefallen lassen. In der zweiten Halbzeit fing es in der 56. durch den Elfmeter an. Muslija hat sicher verwandelt und Robert Leipatz hat in der 65. gleich einen draufgesetzt. Es waren auch alles schön rausgespielte Tore, außer der Elfmeter halt. Aber ansonsten alles, da kannst du mit der Zunge schnalzen, so tolle Tore waren das. Dann in der 68. direkt nachgelegt. Julian Justwan in der 68. Dann in der 72. Felix Platte und in der 75. Cielot Conte. Das war ein Rausch, in dem die sich gespielt haben. Die haben innerhalb von, lass ich mal kurz rechnen, 19 Minuten den KSC zerlegt, zerstört, beerdigt. Und der KSC wird seinem Ruf wieder gerecht. Eine Halbzeit spielen sie gut, die nächste spielen sie wieder schlecht. Aber die Saison ist noch lang, trotzdem ein sehr, sehr starker Auftakt. Und sie sind jetzt Tabellenführer. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und ciao.